moin moin meine aktiven und herzlich willkommen zu einem weiteren livestream hier auf meinem kanal was geht leute ich Das war's. Vielen Dank. 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 Yeah. ... Okay. 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 Ah gemacht der Botel Lerwe. Scheiße. Ja. Ja. Scheiß'n Dreck. Okay. Okay. Hä, warum botten da keine Stair, Digga? What the hell? Okay. 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 Nein! Schade. Wir kommen einen Rob machen wir noch und dann geht's in public. Schade. 1, 2, 3, 2, 3, 4 Trilherdeur oh la la quand je ressens patient mais ça sera pas le même level et ouah elle est null ou quoi lui ? t'es null ou ? blockier doch nicht du dumme Sau meine Fresse ist hier ich bin gut Digga ok Okay. 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 Komm, das verlassen wir einfach. Das macht ja keinen Sinn, Alter. Damit so welchen Noob da... Der bei diesen... Treppenbaut, ey. Mann, 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 Mann. Wirklich, das geht gar nicht, ey. Wir haben ja eine Rainer. 2085. Ach, juckt nicht, ey. Wie ist das? So. Du bist sehr. So. 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 Das war's für heute. 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 So, so... Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. fertig. Das war's für heute. 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 Schade, schade, schade. Das war's für heute. 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 asa Wunder. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt, dass ich einen Tag bekomme. Der Tag stuffedeta? was für schuhe hast du was für schuhe ja ich habe eine neue schule sie kommen auch die erden sohn aber hat mir dann hat mir den erfahrt ich habe mit erdung gekauft manche feiern ich glaube das waren ich glaube es war weiß ich habe die doppelläufige was die genau die die auf feuer macht und die heißt alle anbrenner aber dieses kompetsch wurde ich finde die kompeten und danach legt sie halt gefühlt drei stunden erst mal nach bevor dann wieder schießen kannst das ging da sie gegen den tag keine chance Das macht nur Sinn. Wie viel Gold drauf hast du? Fünf. Warte, guck mal, wie viel ich hab. Achso, 15. Nein, 12, 20. Guck mal, wie weit die Zähne laufen müssen. Warte, mach ich gleich. Ah, geht voll, Ligger. Danke, Leute. Ich hab' jetzt nicht mehr mit meinem Mail, ich hab' mir das nicht zu viel, weil wir Once auch sind, der kann uns nicht zu viel wochen, wenn wir nicht spielen, also der hat man nicht zu viel spielen. Ok. wenn du sagst du ja das jetzt vielleicht schon 4000 Punkte, weil das ist gut, aber er hat jetzt das Keyboard zu switch, dann kann ich mal sehen also ich komm diesen nächsten Mal mit safe chain, Digga safe? naja Ich denke ich komme aus, dass ich nicht bin. Moin moin Tyler. Moin moin Tyler, was geht? Mir geht scheiße. Warum? Ich habe Aua. Warum du hast Aua? Schlickerei habe ich gerade eben. Warum? Mit wem? Weil wir ein Foto gemacht haben von mir. Weihnachten. Der meinte von mir ein Foto zu machen. Dann erstmal sein Handy abgenommen, Foto gelöscht. Weil er hatte noch eins von der 5. Klasse, wo ich noch in der Bahn war. Aber egal, ich habe erstmal ein Screenshot gemacht, was er mir so geschrieben hat. Damit werde ich dann erstmal zum Schulanwalt morgen gehen. Mhm. Boah, ich brauche Paus und Gold, um mir hier eine Pumpkante zu holen. Die ist so geil, ne? Ja, Bumbleball. Ja, deswegen ja. Vielleicht unbedingt Double Pump spielen wieder, ja. Double Pump bockt übertrieben. Ich habe die noch nie gehabt. Ne? Ich habe nur mal komische Clips gesehen. Damit kannst du perverse Double Pump machen, Digga. Safe, die bringen nochmal da mit Pump rein. Safe, Digga. Mit normalen Pump. Ja. Weil wenn die jetzt schon da mit Pump so rein machen... Safe. Spielen einfach alle Clipsis. Äh, huh, huh? Naja, das spielte eh nicht, Digga, mit Wurz. Schäfer, du hast jetzt gegen den Teamkanne geschlagen. Ja, und jetzt lass uns das gleich mal zocken, ja? Ich zock nur ein bisschen mit deinem Freund. Ja, mach das, egal, ist klar. Ja, tschau, ne? Ja, bis, tschau. Hat Spaß euch. Ja, dir auch, Digga. Ja. Na, danke euch. Bitte. Boah, ne, wie die Taktigung. Ähm, hast du, ähm, Bounce Pads? Nope. Jo, wahrscheinlich rutsche ich doch, Digga. Fick doch die Hände. So unlucky. So dumm, Digga. Wie kann ich denn da runterrutschen, bitte? So dumm, das Spiel. Das Spiel ist einfach dumm. Sie waren nur ne Sniper drin. Naja, ich will ne Sniper haben, aber ich bin mir jetzt die von dem Typen hier vorne. Ach, da wurde der noch nicht gequält. Denk ich mal. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich muss schon. Ich muss gucken, Digga. Ja, doch, da wurde zählt. Da lag die Chaihan alle. Darauf. Ja, seine Sniper gibt einfach auf Fuß, auf überall einfach 275. Digga, ich hätte gesnipern da. Versucht, aber ja, du bist schon tot. Guck mal, wie hinimpulsen. Nein, 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 lass mir, lass mir, lass mir. Boah, Kopfgeld, fehlgeschlagen. Die haben die Sniper, die haben die Sniper, der haben die Sniper, dir hat Mann. Die haben die Sniper. kommende los 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 ich habe mich hinter meinem boden versteckt da war noch eine diga er kommt zu dir können wir kommen wir nichts machen das ist ein bisschen offensiv geht es machen wo die schießen komplett wo das wasser also komplett überflutet waren an die es war so geil weil es war ja an den ferien war da die erste season war glaube ich am ersten tag hat schon fast über 2000 punkte ich habe dann nur ein gegründet aber jetzt gar nicht mehr immer kurz davor machen wir noch die größten trotzkrieg in champs sind bots um Lernst du mal gerne diese Häuser hier hinten da sind. Ich fand gern blau. Okay dann land du blau ich land direkt daneben. Ich hab Baba Job. Bin direkt auf dem Dach daneben. nicht aus auch immer keine Worte im Jahrgang warum ist die Muenkäste schon gelötet? Hast du Minis? Nee, ich hab Splashies. Warte, okay, ich hab Minis, ich komme zu dir. Warte mal ganz kurz. Mein Bruder Skateboard ist auch gerade angekommen. Die Falten, wir können uns jetzt einmischen. Warte. Abgeführt, kill, set. Set. Let's go. Ich könnte nur was machen, Digga, ich kam nicht rein. Die haben vorher gebaut, die Lichter. Nee. Wir haben kurz ganz heutige Tiere. Äh, ganz süße. Digga, kommt voll. What the fuck? Einfach drei Kilometer auf einmal gemacht. Lecker. 24 Gold, schmeckt auch. Ja, ich bin jetzt auf Road to Level 100, Digga. Ich werde richtig durchgründen. Hast du ein bisschen durchgekauft? Äh, ich hab die ersten 25 Stufengold, ja. So. Ich mach mir direkt eine Lila und eine Pond, äh, Peck. Okay, mach das, Digga. Mach das dir auch? Ich hab nicht genug Dings. Metall? Was für ein Metall, hä, bro? Das ist kein Automaten, ne? Was los mit dir? Ahem, bruh. Digga. Komplett lost, bro. Gibt's überhaupt noch? Nein. Spannend. Dafür gibst du jetzt die Dings, diese Typen, die rumlaufen. Ach so, können die auch ab... Ja. Wo ist der Typ? Ist hier ein Typ? Ja, hier ist ein Typ. Wo? Ja. Ah, okay. Aber der kann nicht, der kann nicht, äh, upgraden. Das können nicht alle, das können nur manche. Ich hab Kopfgeld schon gemacht, die sind hier bei uns irgendwo. Oh, ja. Also pass auf. Oh, ja. Vor mir, vor mir, vor mir sind sie wahrscheinlich. Hast du dich schon gesehen oder nicht? Nein. Nein, 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 aber die sind wahrscheinlich vorne, weil die sind immer so... ...mittel... ...mittel... ...wahrscheinlich sind die bei Catty gerade in der Nähe da. Ja, jetzt sind sie auf dem Berg, safe. Ja, denke ich auch. Ja. Na komm, dann erst mal ein bisschen pushen, Digga, oder? Ich geh hier hinten rum. Ah, da hinten sind sie. Wo? Da hinten bei, ähm... Markier, mach hier, Digga, mach Gefahr, mach Gefahr. Da, 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 da. Okay, 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 ja. Oh! Boah! Auf dich jagen die jetzt auch, Digga. Auf dich. Die jagen dich, die jagen die. Perfekt, so ein Ding ist das. Wollen sie hinten hinimpulsen? Nein, nicht impulsen, Digga. Impuls... ...helt lieber auf, hält lieber auf, Digga. Wo sind die beim Tor hier vorne? Ja, beim Tor. Lass auf den Berg und dann runtersprayen. Moin Moin, Bernd, was geht, Digga? Ich bin Level 63, boah. Wo sind die genau? Hier unten, hier unten müsste da sein. Weil da ist hier was abgebaut, da muss hier nicht sein. Aber die jetzt sind ja auf einmal in einem anderen Viertel, Digga. Wo zum Fick sind die denn? Boah, die sind da hinten. Was los mit dir? Hä? What the fuck? Ja, ne, 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 wir müssen in Zone. Komm, wir gehen zurück. Bleib stehen. Ich impuls. Lass aber auf Highblend, lass auf Highblend, lass auf Highblend. Ja, lass hier den Berg hoch und dann runtersprayen. Ja, versuchen, ob wir die jetzt aufhören können, Digga. Also irgendwie. Vielleicht, glaube ich, ein gesniped, Digga. Also natürlich Baba. Hier rechts müssen wir den gleich irgendwo sein. Schritt runter. Juckt nicht. Sie sind hinterm Berg, safe hinterm Berg. Lass auf, lass, lass sie auf den Berg gehen. Nein? Ne, lass nicht auf den Berg gehen. Nö, ne, ne. Sohne, ne. Sohne, ne. Dann können wir die jetzt zu Opfern. Ja. Ach, hä? Na guck, die sind gleich sauen. Dann sind die sauen wahrscheinlich... Die wollen dich, wie wollen die? Das ist perfekt. Ja, die Dinger, wo wir hinten, dann holen sie das genau ab. aber denkst mir dass sie das sind ich weiß ja nicht ob die sind die durch ja was sie mit den kommenten passieren vielleicht kommen wir von hinten holen das fühle ich nicht diesen um wobei ex grotto ja jetzt müssen wir die eigentlich sehen weil das nicht mehr so ein großer platz aber die denken dann wer bei dem mitten am berg hoch geworden mal jemand her zu mir okay ich komme runter ich habe mich gleich auf einmal in uganda weg ja ich kann nicht im wasser hinten was ja das war ja gekommen ohne das war ja dann gebe ich ihnen das paket okay hier ist er hier ist er sein dass er lässt oder so das ich habe mir schon bauch einer genau vor mir und einer ach da diesen bisschen los ich gehe hier oben auf den großen da pass auf nein du bist abgehauen das hätten weg der ist über wasser das kommt mit außen rum die sind beide genau vor mir naja ich bin weiter ich bin weiter braucht außen rum ist wasser über wasser ich komme in seine richtung gelaufen ich muss halt aufpassen dass keiner von ihnen sieht und bin ich genannt weil sie seid ja nicht allein schaffst du es zu mir hier hin zu kommen ich kann hier chillen heute auch gejagt ich krieg den kollaps ja du bist gejagt kaufgeld abgeschlossen ja perfekt perfekt wieviel waren noch ich hab hier noch die waren ich hab 75 jetzt die sind noch im dörty irgendwo ja komm mit komm mit komm mit zu mir komm mit zu mir warte ich geh kurz in dieses haus rein durch kaufgeld bip rekommend der rappen hat Strawberry einer 1 s S ich hab keinen bock auf ihr zu warten alter was das schon wieder für eine kranke lobby die da kann ich hier noch leben na geht voll also ja geht mehr aber schon gut von mir ist der haie aber egal ich bin mit dem haie zusammen kann doch schon reden naja so ein bisschen nicht viel aber so ein bisschen wasser ist was war sein erstes wort ist er papa oder mama und hier oben hier oben die bauen sich miese borg die bauen sich miese borg vor die vor die vor die vor die vor die ja ich weiß er ist einfach allein meinst du das alleine ja deswegen baut da auch so behindert das ist ein bisschen ich habe mich nicht schrauben ja der ist allein 100% ja ich schieße wie ein dolly komm mal wir können pushen der ist allein jungen kip lesk moin moin was geht nico moin moin digga was ist los bro wollen wir den pushen der ist allein nein 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 der wirkt er chillt da alleine in seiner scheiß box ja aber was bringt uns das so hoch zu gehen digga von links werden noch gefeiert nicht alleine direkt vor mir werchen fünf meter ach der hier vorne digga ich dachte du meinst den oben drauf nein ja den hier vorne wenn er alleine ist dann los der unterkommen der unterkommen pass auf und er kann digga guck what the fuck digga ich verstehe ich fast geholt digga what the fuck jungen herrlich aber auf zwitschmerzen kein wort gerade so gar keinen bock damit sich der ist auch noch allein die laufen zwei laufen zwei auf und schenken mich schenken dich oh ja direkt neben dir das ist ja alles ist uns was ja Ja, ich bin ein paar Meter. Finde ich, der liegt an der anderen Seite. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er? WTF? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, da geht's. Ja, da geht's. Okay. die nach ganz unten Leipzig nach unten schockt mit der Linie da wurden die Bewerblichkeits die Bewerblichkeits auf dem Leben schon kommt aufrecht von ihm machen gut gespielt ja auf jeden fall wir haben ja 4 kills und placements gemacht ja ok 100 plus so ja 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 Das ist aber sicherlich noch für Aufgaben. Ich muss gerne mal gucken. So, ich bin wieder da. Oh, dein Headset ist gerade auch, Craig, ich höre mich doppelt. Ach so, da ist ein neuer drin. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade der Picke wechselt. Sag, du musst meine Picke wechseln. Nein. Nein. So, wieder da, Chat. Wieder da, wieder da, wieder da. Ja. Ja. Wo landen wir? Mach mal gleich. Mach mal gleich, hat sie gerade passiert. Ähm. Wir sind auf Hütte gelandet. Ja, hat Hütte gelandet? Ja, egal, ja, Hütte, komm. Heute Level noch 100, Level 65 Digga heute, das ist ja schmackhaft. Ja. 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 Ja, warte, warte, warte. Ich mach gleich, wenn die gelandet sind. Ja. Wer macht das? Hä? Ist da ein neuer noch drin gewesen? Ja. Das kommt welchen mit Digga? Ja, egal, lande mal ein bisschen weiter davor, wenn du willst. Weiter vorne? Ja, lande eher so im vorderen Bereich. Wo bist du denn Digga? Ja, ein Digga, ich muss mit dem Controller Ladekabel holen. Na, ess mal nirgends, kannst du essen. Haben wir was vor Pils? Ähm, nein. Bin ja, da ist auch gut. Pflanze hier links. Und. Okay, Tyler, bist du drinnen bei uns überhaupt? Ja. Tatsache, er ist wirklich drinnen, Digga, ich hab gar nicht gecheckt. Okay, noch einen Kill, Digga, muss ich machen. Und einen Baum fällen. Ich werd gejagt. Irgendwie. Ich hab so ein Baum, dass mein Sportdecker ist, da sie von allein nach rechts geseht. Ey, das heißt, Digga, die sind da hinten in meinem Hangar, wo ich immer reingehe, weiß? Ja. Da müssten die jetzt sein. Warte mal kurz. Weil da ist auch dieser Typ. Ja. Ne, perfekt, ich hab auch den Leif jetzt gefunden. Hä, warum mein Charakter bewegt sich einfach von allein nach rechts? Ah, es ist so ein Bug, Digga. So ein Bug manchmal. Was soll ich jetzt machen, Digga? Was soll ich machen? Warte mal kurz, warte mal. Ich kann das vielleicht kurz fixen. Der bewegt über deinen Arsch zu mir, Digga. Ja, ne jetzt nicht mehr. immer wenn ich auf Katastatur spiele, bewegt sie einfach von allein nach rechts ist immer aber kurz, dann muss man fängigeln schickert mich zu hart hey Tyler, wie alt bist du? äh, ist 12 oder 10 gewesen? ich denke, ich bin 12 wie alt bist du? 12 12 so, ich hab's nicht verstanden du? ach hey, what the fuck, da hinten war keiner, oder was? äh, ich war schon ich kann mal, ob ich... ich verstehe gar nichts mehr aber wo sind die denn? dann, hä? egal, ich hab... ah, okay, das war der, Digga, guck mal, der hat uns geholt der hat mich, äh, Kopfgeld auf mich gemacht, Digga, der Wechsel ja hier irgendwo, die vorne, die müssen die werden man, die müssen hier irgendwo sein, Digga hast du geschossen? ja Digga einfach, mein Trittfinger Digga, dann... mach doch aus, hier, zack ey, ich wär schon Fan davon, wie ich am Big ist, wenn du würdest... komm, komm ja, check, 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 ah, ja, okay du feitest schon, Bro, ist okay wo, wo? vor mir direkt also, einer unter dir und einmal, einer vor mir bin, über dir ja, hab schon gemacht wo, wo, wo controller player, Digga ja, riech' ich ja controller player ich hab'n genau riech' ich ja controller player, Digga so sagen, was du willst ja, wir haben gegner bei controller ich das boin ja, aber richtig, Digga so sagen, was du willst soll ich euch jetzt noch doppelt? nee ah, dann war das vielleicht wegen des du Digga, ich krieg'n Kollaps, Junge halt die schrecken, Digga weil ich bleib' eben noch mit, äh streamen jetzt 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 versuch versuch mich auch nicht zu reviven, Digga wenn du es schaffst spring runter er ist da glaube ich ehrenhaft, Digga Kuss, Kuss ich hab'n ich hab'n ich hab'n Niklas, du musst aufpassen sonst kommt gleich die controller player Digga, ich hab'n was du willst aber das war beide sind low also beide sind trip break ich hab'n 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 komm'n 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 was wieviel leben hat er denn nein er hat 5 hp gehabt ich hab'n ich hab'n patroller 5 hp wenn da der auto ähm kickt egal weiß ich müsste von den einen finish kriegen dann hätten wir grad easy gewonnen aber ich hab'n ich hab'n ich hab'n ich hab'n erst mal mein freund gekillt ich habe also der war war egal ich habe den geholt dann war kann sein mail mit einer er waren beide one shot also ich meine also ich war tot und schatten und ich musste den anderen finden dass ich nur waffe hatte es war so ekelhaft dann kann auf einmal irgend so ein idiot so dreist so lächerlich den buchstein da muss ich das einmal noch suchen ich habe vollkauft okay 25 stufen ich wollte mir erst noch mal so für 20 auf lande noch mal durch kaufen ja ich habe ja ich habe mir 25 vorkommen das habe ich gespielt so wie ich schon bei dir und das extrem spiel kurz muss ganz kurz mit jemandem reden ich muss in seine gruppe kurz ja oder so ok ich bin zufrieden was das ist der laser tag prop hand ich brauche ein kill noch ein baum ein kill 20 kopfgelder ja geht doch gar nicht natürlich wie das ich habe von epic games und diese aktion war dieses wo sie auch wie was billiger gemacht haben da habe ich über zu bekommen und da war eine ungerade zeit er war hinten stop 80 oder 50 oder 30 und dann noch von rettet die welt die box diesen ja nicht gerade diesen ja auch ich bin dafür viel zu faul in rdw rein zu gehen das sollte ja letzten monat am 14 2 habe ich mir noch gemerkt naja ich komme nicht an weg also wenn komme ich an aber nicht oben und zu tief stand hier bitte was lasst es nicht holz sein ja mal hier glockenturm und folgen ich habe was soll ich da machen ja scheiße ich habe kein eh man bei mir geht es doch das ist 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 doch Heute erst mal wieder Testgeschrieben, Gartenburg. Hehe. Was für einen? Äh, Matze. Ist doch easy. Nein. Über was? Äh, keine Ahnung. Ich glaube so, ja, von, äh, wie heißt das nochmal? Quadratzentimeter. Ach, easy, Digga. Und so um rechts, ich kann nicht, wie das alles heißt. Easy. Denn ich hasse Matze. Ja? Und Deutsch. Ja. Ich liebe Matze. Mein Lieblingsfach Informatik, Digga. Kennst du das? Mhm. Mein Lieblingsfach, da bin ich der Beste in meiner Schule. Äh, in meiner Klasse meine ich. Und, äh, ich hab da eins, ne? Wen sind Apatiker. Ja. Aber du musst halt die Haupt... Ich muss ja vorstellen, wir kriegen so, als Hausaufgang kriegen wir so einen Wochenplan, ne? Mhm. Wenn wir so manchmal schon mit Bart fertig sind und so, dürfen wir da schon mal anfangen. Mein Freund, gegen den ich heute Schlägerei hatte, die ist das, ne? Ein richtiger Streber, ne? Ein richtiger Streber, ne? Ich geh oben hin. Ja, ich hab's gar nicht mehr so richtig da. Auf jeden Fall eher so, äh, den kompletten Dings geschafft, den kompletten Test. Okay, ich auch. Aber dann hat er noch fast die ganzen Wochenplan geöffnet. Tö, lieber Streber. Ja. Bei uns hat man damals, wer so ein Streber war, ne? Hat man damals bei uns, der gar alles aus dem Morgen gehauen? Ah, wo man dafür, dass er so Streber war. Ehrlich? ja okay ich brauche hauptschüler also da ist sowieso normal einfach aus morgen wenn es geht nicht sonst werden wir erst mal direkt von schule wenn wir jetzt wenn wir so für zwei drei mal ja dachte ich jetzt ja eigentlich gesamt aber da wird sich angenommen da wäre ich eigentlich real und ich auch nicht angenommen da war ich bin ich jetzt hauptschule hauptschule möchtet gern og möchtet gern og warum ähm elite agentin so ich kriege auch mal ein kill über die gar ein kill hier ein kill bräuchte noch meine 15.000 aufgabe fertig hier hallo kai tyler da mal lässt du mir auch mal ein paket über jetzt hier ich brauche nur ein kill hier gönne ich dir aber nicht du gönnst mir nie etwas wir wissen das alle hier ja ist doch gut so da muss man was früher kommen du bist ein nicht gönner nimmt man sowas du auch ich gönne jeden du ja ja ehrlich ich gönne jeden jawohl ein baum weg der gab 15.000 ep ich muss jetzt schon noch 20 bäume bauen dann habe ich schon 100 bäume abgauen abgabe ich habe gab ein tausend mein tausend baum aufgeworfen ja jetzt wird das sonst schon mal mehr angezeigt wie viele bäume ich schon habe ja ich hatte gerade 8 ich hatte gerade 100 äh denn mein tausend baum abgabe sag ich schweber hustler nennt man mich auch man nennt mich den super hustler leider aus dem bettepass der hast du das nein nein auf stufe schieb schieß mich tot irgendwo ich komme naja junge ich werde darauf bleib mal stehen schießen sie ab schießen sie ab ich habe keinen mob mit der stress zu haben du hast doch gesagt soll dich tot schießen ach halt doch die fresse ich mache nicht egal die macht dich kaputt ok mache ich kein problem ich dachte gerade ehrlich vor der 80 grad du hast hier angeflossen ist doch gut so luiz kannst du dich bewähren ich gehe zu dem festsack ok zu dem festsack äh brutus wo ist brutus sag ich dir nicht ich glaube ich brauch brutus noch nein den hast du schon ja ich habe aber anders gesehen da drin ist brutus so ja habe ich schon der mal gucken wir das lange zuerst bekommt ich hatte nicht ich hätte ein boot ja aber wo ich bin schon ich weiß es warum du jedes lange findest warum cheetah wahrscheinlich jawohl level 64 nein 64 ich bin ich bin 64 du hast dich da hoch gekauft ne hab ich auch ja ich weiß ich gebe das zu dass du niemals so viel ne sonst werde ich noch lange nicht da habe ich bei 30 oder bei 40 jetzt knapp knapp fett dürfte sein ich könnte mir die piste holen ja 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 die piste verrechnen sondern gleich wie die doppelläufige show freunde ich habe natürlich auch gerade schon so 3k fast 4k gold ne ich habe jetzt 637 genau 637 ehre man dass er während des zockens mein stream noch guckt ich bin noch im sturm 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 also die 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 darf ich das mal alles runterschießen das wäre ich weiß ganz sinnvoll ja ja machen ja ja erholt mich als wenn ich mich der gar egal ich habe den kiel kriege und 15.000 ist ja nach hinaus nach hinaus nein die meine mitte meine mitte meine mitte erst ich hab ein semester gehabt ja deswegen sollte man eigentlich weil ich habe nein ja was passiert kein kommentar hat keiner gesehen ist aber hat keiner gesehen ich habe sogar bekommen ich werde doch glaube ich ich habe schon zu deinem netz gegangen dann hätte ich diese bouncer da jup halt schon nur ganz kurz das zu trinken ich mach das ich habe ja ich habe ja ich habe ja Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, dann lass uns doch mal noch gleicher Aufgang raus, Kopfkeller, wie geht ein Schaden zu? Durchsuche, kriegst du durchsuche Drohnen. Okay, eine war Cracky. Okay, sorry, musst du kurz nach der Stelle noch mal zurücklaufen. Hm, aber das ist wohl egal, lass hier hinten hin, ich bin Cracky. Da müssten zwei Bosse geben, ne? Naja. Hast du schon weiter? Naja, ich glaub schon, ich bin ja schon wieder auf dem Fall öfter. Also einmal müsste ich hier so einer sein, warte da. Und einmal hier in dem Haus. Ich geh erstmal direkt zum Fischi. Na, den Fisch habe ich, das weiß ich auf jeden Fall. Den habe ich definitiv. Richtig nicht, weil er in Arena da zwar nicht da war. Ist das eigentlich normal, dass es in Arena zwischendurch halt mal die Bossen nicht gibt? Ja, ich glaube schon. Also bei mir war es auch oft das so. Also manche natürlich schon, aber nicht alle. Fisch in Army, fisch in Army. Ich hatte schon wieder so ein Ohrwurm. Hoch. Ja, das kann gehen. Nein, das kann nicht mehr. Oh. Natürlich nutzt Verbände oder medkits, nämlich mal als Aufgabe easy. Macht man auch immer zwischendurch. Natürlich erstmal dir. Ich hab verkackt, Digga. Was denn? Ich wollte eigentlich, da gab so drei Missionen, ne? Die wollte ich alle so annehmen. Und ich Idiot nehme diese mit Harpune bei Gegnern. Ich hätte dann noch ein Boot fahren müssen, eine Angestelle, äh, also ein Angel fast kaputt machen können. Für alles für 30 und, ja. Aber noch oben. Guck mal, Zoom. Ist bei dir noch einer? Ja. Brossilie? Nein. Ey, darf ich dir einen Hit geben? Ja, mach mal. Komm mal schnell. Warte, ich muss ganz kurz Harpune holen. Mal schnell, weil... Findest du ein Mage? Findest du ein Mage? Nein, nein, nein. Ich lasse dir die ganze Zeit. Boah, der ist immer so rennen. Ich find nicht der... Ich find nicht der... Der checkt es auch echt nicht. Oh, jetzt kommt ein Typ mit Dings der Garten, mit Waffe. Oh nein, ich mach den E-T mal auf. Hör dich. Digga, ich... Ich find diesen Shit. Werd nicht aggressive. Werd nicht aggressive. Okay, der Geist muss zu machen. Er wurde aggressiv. Ja, ist gut. Digga, er war wieder komplett lost unterwegs hier. Ehrlich. Das ist schon wieder schade sein Verhalten. Dass du einfach so mit ihr spielst. Er checkt halt auch einfach nicht, ne? Ist halt for real, Digga. Er hat einfach nicht gecheckt, dass ich dann die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob das randoms waren oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Typ den einen nichts gesagt. Er steht da... Äh, der Typ sie... Der Typ müsste mich sogar eigentlich sehen. Äh, sie... Und er sagt nichts, Digga. Komplett los. Digga. Bin auch grad komplett los. Boah, ich find das richtig geil, ja? Was? Man muss eine Mission mit einer scheiß Apule machen. Man findet hier noch nicht mal eine Apule. Achso, ja. Okay, nix, egal. Okay, nix, ja. Ich muss Luto öffnen, Digga. Lass mich bitte legen. Ich muss davon auch zwei machen, Digga. Bin ich fertig. Ich muss mir Fallschaden geben. Mach das. Warte, fach, wo ist sie? Ach da. Hier unten. Oben ist auch noch ein Gegner. Ja, ich hab noch ganz kurz hier. Schnell links. Äh. Ja, genau da. Aber egal. Ach, Digga, was markiere ich denn, Junge? Wo denn, wo denn, wo der wusste? Ach, da oben, meinst du da? Ja. Ich kann es heute nicht gucken. Ich kann es heute nicht gucken. Ne. Äh, ist da jetzt. Was? Wtf, ey? Bin safe drauf. bombastisch läuft es hier bei mir wieder ich mache die feiten radiger was was für lute ich bekommen ja so ein nutzer der gabe aber das hätten beste mein gott junge botte gar endlich hab ihn endlich 240 kamera heißt der ich mache ich danke dass alles runtergerutscht das ist doch dumm egal ich genass die kurzen nur die da ja mir kurz nur die langer wein habe ich mein links auf hätte ich mit den bandagen gegen einen anderen spieler werfen ich wollte ich wieder aufgaben ja das muss man erst mal schaffen auf mich die schießen auf mich was das ist das ist ein bot das ist ein bot das das ist kein kostet mir ich glaube den habe ich auch noch nicht schaden an den gegnern muss machen natürlich den headshot snipe noch mal raushauen hier schaden an den gegnern muss ja gemacht werden ok macht er das in koordination oder das ist koordination die koordination sind eigentlich die koordinaten so nein digger ach ficken egal schuss auf was soll man machen der eines wollte mit ach das war mein letztes oder was der andere muss natürlich mit tag rein ein bisschen ich gebe zwar einen sturm rein aber juckt nicht meine 15.000 alles für die 15.000 ich habe keine bleibenden schäden zweimal zu also als frage eigentlich nicht so ja tschüss ok macht nur eine tschüss ja digger perfekt hehehe geil muss man hier irgendwie ja perfekt digger guck mal hat Zeuge lohnt für die ecke hier lohnt sich doch alles ja es ist weil ich mein gefahrmarker hier auch mit oben habe und ich komme da ab und zu will ich das doch drücke drauf habe ich schon gemerkt also nicht alles was was ich gefahrmarkiere ist gefahr ich wollte sagen los ab zu deiner karte aber ja digger danke fürs schießen ich dachte da war ein gegner digger freut mich aber auch wieder ein bisschen lost ne sag mal hier nein wieso soll ich denn so richtig strong weg kaufen wo jetzt kann ich auch jetzt kann ich auch gucken was du da so schön machst alles hehehe nur ist nicht machen gesundheit danke huch corona it's corona das ist nicht immer hehehe heutige screenshot machen gar keinen bock hehehe bei mir ist es halt so wenn ich auf karte ich will halt immer auf karte gehen dann auch gehe ich immer auf diese knopf wo ich screenshot machen mhm kenne ich digger ja ich habe keine mit das ist ein bisschen rip sie ankommen bin ich tot definitiv ich hatte aber auch schon mal 6000 oder so optimal ausgegeben ich habe immer was gekauft da weißt du ja entweder waffen verwässert oder sonst was weil ich brauche hier guck mal wie du siehst du gleich brauche noch ein bisschen was wo geht es eigentlich die double pump also die eine pump kann da ähm weiß ich gar nicht ja spring doch du fette sau du hast die das schon mal gehabt oder nicht ja aber ich weiß nicht mehr wo ist die wo ist die gab da ist da geht da war ein typ war keine frau ich glaube ich weiß wo ach digger ficken heute wieder ein haben gar keinen bock ich glaube hier so ja ja feuer 2 heute 110er verzeihen gar keinen bock der goldene der goldene das sind zwei goldene ah ja das ist so einer der da die beiden ja genau okay kommen wir rechnen uns für dich heute wieder dinger hier heute wieder sterben gar keinen bock herrchenes gesniped egal welche beste gewesen ich war auch lange nicht drauf aber egal das ist ein bot 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 ich bin aggressiv wo ist denn der typ jetzt hin wo ist denn der typ jetzt hin auch oben hier unten ich bin aggressiv heute wieder aggressiv werden da sind drei leute das ist ein bot das ist ein bot das ist ein bot nein oh oh ich wollte gar nicht lachen ich wollte gar nicht lachen das ist ein bot das ist ein raketenwerfer ich weiß nicht ich weiß nicht nicht er kann ihn dann nicht mehr hier keine mädchen keine mädchen keine mädchen das ist ein bot 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 ich bin lieber ak oder äh oder ska eigentlich ska aber oder oder ist heute heute da wieder ein gegner gar kein bock wo ist wenn sie kann es anzünden das ist genau war der letzte digger richtig es war der letzte digger okay lass kurz lobby es war der letzte digger what the fuck heute dagegen dran melden digger kein bock scheiße fast level 65 der geiles go ich muss 20 kopfgelder machen digger noch 61 truen dann hab ich die auch fertig mal gucken was ich noch so machen muss triff ein gegner mit einem harponierer 10.000 ep gibt das tisch der bürger oder einem bürger imbiswagen fischern angestellt ich muss ein mit aus mit also hast du das jetzt fahrmacht warte ich muss noch lagerfeuer machen ich muss also noch drei äpfel essen dann muss ich noch drei leute mit dem neustadt bus wiederbeleben ich sehe ganz kurz pinkeln ja bitte ich sehe ganz kurz pinkeln sag ich bin sofort wieder ich sehe danke nein Vielen Dank. 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 Eigentlich wollte ich als Green Speed nehmen, aber Green Speed will ich jetzt nicht annehmen, die Fotzen. Ich habe 45 hier Missionen, also Aufträge gemacht. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mach euch einen Tanz. Ein kleines Ständchen. Ich mach heute wieder ein neues Tier. Können wir kurz Misty landen? Ja, können wir machen. Misty? 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 Misty, ne? Ja. 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 Ja, nicht. Ah, nein, das zählt aber, nein, jetzt nicht. Was ist nicht? Die Mission zählt ja gerade nicht. Ja. Keine Ahnung. Ach, nee, das sind EU Wachen, chegar. Komm her, komm her, komm her. Also muss man da irgendwo in der Wüste oder was? ja ich glaube diesen mandalorien diesen der typ der rumläuft der sniper sich verarschen ist egal was und nicht immer wieder das gut die schreiben teig mal ein bisschen interesse an deiner gesundheit ein bisschen N-Norolle ich dann gar nicht. Ich verhör? Ja, der hat verhört. Das ist sogar der Digga. Ja, Moin. Ach, so eine Lutscher, Digga. Nein, auch für nicht. Ich bleibe direkt die Digga, das ist gut. Ich will gerade die Waffen aufheben. Kann ich hier drin anscheinend? Ja, ja. Er ist oben. Mama? Mama? Der chillt da ganz oben auf die Dach. Fällst du schon. Du musst aufpassen. Ah, okay. Ich will wieder. Heutzutage Spitzhacken, Bartonburg. Finde ich nicht mit meinem Meldmini rum. Drück dir noch mit dem Minidum in B. Ich schau dir davon, weil er mein Meldgepfind ist, Digga. Ich mach die Taste weg da, Junge. Die geht mir auf den Sack. So, jetzt freu ich dich auch mal schnell. Die, das habe ich ja den IQ-Player hier von mir, ey. Leck mich fett. Ja, Mann. Danke fürs nicht editieren. Danke, dass es nicht meine Wall ist hier. Kein Ding. Immer wieder gern. Egal, so mach ich auch ein bisschen XP, Digga. Ist auch okay. Ja, deswegen mach ich das doch. Denkst du, ich sterbe einfach so ohne Grund? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, komm. Ja, natürlich. Weiter. Weiter hier fahren. Ich kann dir nichts abdrücken, Digga. Ist so dumm. Das will ich gar nicht. Ist gut. Ich hab bestimmt so rumgeschrien. Du Huch und so. Fick dich und so. Und bestimmt. Ich hab's richtig gesehen. Ich hab's richtig gesehen. Ja. Aber in der Bahn. In der Bahn. Ah, ja. Genau an der Halbstelle, wo wir ausgestiegen sind. Wo wohnst du nochmal? Welche Stadt? Äh, Köln. Ah, Köln. Köln, Köln. Genau, genau, genau. Genau an der Station, wo ich ausgestiegen bin, ne? Ja. Äh. War die Polizei da. Ah, ja. Die sind grad in die Bahn reingegangen. Wie ich bin, ähm, paar Sekunden früher rausgegangen. Hä. Ihr feinten welche? Was sagen sie dazu? Waren sie das? Kondor? Ja, ja. Erstmal so machen, ne? So, man muss mal Kopfgeld machen. So. Wo ist der? Ach, der vermisst die hinten. Jawohl, Digga. Digga, der ist meine Lieblingser. Was für ein Schatz? Ich weiß nicht, soll ich mir die holen? Sieger? Wo ist denn dein Tiger, Schatz? Wo ist denn dein Tiger, Schatz? Wo ist denn dein Tiger? Wenn du genug Dings hast? Nimm? Hol dir? Nein, ich hab' überhaupt nicht gut. Ich hab' nur 3.800 32 Münzen, aber ich hab' nicht genug. Naja, mach' ich lieber nicht. Dati Dragon, äh, Dragon-Schrubflüte. Naja, ich feiere die gar nicht. Naja, ich weiß. Wie ist kompletter Rotz? Ginti, weil... Ich kann damit gut spielen. Wenn du das kannst, ist das ja gut. Aber ich kann's nicht. Ich bin damit komplett schlecht. Okay. Lo, jetzt kannst du bitte mal aufhören, unter meinem Tisch, mit dem Kabern drunter hin und herzuziehen? Nein? 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 Oh mein Gott, ich brauche noch ganz, ganz wenig Gold, dann hab' ich, äh, früh. Luis! Papa! Weißt du, was einfacher wäre, Luis? Nein? Wenn du einfach nicht unter den Tisch gehst, um dann einmal rumzugehen. Und einfach mal hinter mir rumgehst. Nein? Nein. Bumm! Kopf! Bumm! 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 mal außer einmal das ausgerutscht und dings da ist auf dem kopf geknallt und hat fast platzrunde gehabt da hat auch ein bisschen geweint das noch wegetan aber sonst und ich bin zwölf und habe bisher nur im moment vor allem meine schwester letzte war ja auch noch zwei die hat sie da im wohnzimmer noch so kinderbett und die anruf ist festgehalten und dann vom bett runtergesprungen dann ist ihm voll mit dem kopf voll ging das kinderbett dann lag jetzt mal auf dem boden und wir dachten alle die weint jetzt nein überhaupt nicht geht einfach nur die möhre aber jetzt weint sie halt auch umso älter wird umso schneller weinen sie auch erst mal wieder und dann irgendwann auch nicht mehr so wie klein ist mir die sonne schon wieder der so rediger kommt da in den kommenten das ist ein gegner das ist ein gegner das ist ein gegner wir holen wir uns ich gehe ganz kurz zum lagerfeuer man ich bin im bus eingefallen oder in dieses loch das ist ein ja moin nein digga ist so worden ah jetzt check ich diese mission mit konvention tun man muss damit ihr leben zu machen er so und schutz was ja ich habe kontrolle und automatisch ist wenn überhaupt muss das für handy so ist ein minu drauf sein das war doch das war jetzt echt schlechter wird der ich muss zwei gebäude noch mit feuer ja ich werde ich mir jetzt aus dem gebäude herz außen belohnung bekommt nein ich habe so eine lackierung bekommen was für eine lackierung wie heißt die regenbogen neben regen was regenbogen nebel habe ich schon haus party haus party ist es ist ganz kurz aus dann kann zu kurz drücken dann kann ich direkt zu gehandelt bei der einst du bist ja moin der ja perfekt mach mal deine gruppe von öffentlich auf private gab und dann gehen wir rein wir machen die pizza reinleger timer auf 15 minuten ok 15 minuten ok dann bist du gleich der gell ja bis gleich komm kurz mit Komm, Papa macht Essen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz kurz weg. Ich esse kurz was. Notheiler. Ich bin sofort bereit. Nicht los. 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 Vielen Dank. 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 Ich lasse sie kurz aus, weil ich gleich noch Pizza esse. Ich habe da vielleicht einen Timer gemacht, weißt du? Ja, ich weiß noch 3 Abonnenten. Dann hörst du es nicht mehr. Dann hörst du es nicht mehr. So, weil die ganze Zeit war es nicht mehr. Ja? Ja? Ja. 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 er kann sein von diesem leon ich habe jetzt gleich mit meinem freund weil er kannte sich halt nicht, er so ja ok, ich so, ey ja lass nochmal wir beide ein bisschen zocken, ich guck in der Zeit dann auch noch sein Studio, er so wie heiß er denn, weil er aufgegangen ist, dann habe ich ihm den Namen gesagt, er hatte dich nicht gefunden, dann habe ich ihm den Link geschickt, ach so, sehr vielen Dank geteilt, ah ja, kannst ja echt weiter, ne, ja, das fühlst du, ne, das fühlst du, aber du zockst jetzt erstmal nix ohne wieder mit, oder? ähm, ne, egal, meine Pizza ist ja fertig, die ist in, ja, in zwei Minuten fertig, das macht keinen Sinn, wenn ich da mit Socke noch, oh, Lama, Digga, ja, ist gar keiner, ich bin mal da, 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 Clarke, das will nicht, ok, ja, ich bin mal da, ich bin einfach zu krass, Digga, da ist ein Buh mein Schatz, und dann hast du deine Schokolade, Digga, wo ist mein Kabel, play it so, ich bin mal da meine Pizza, ich bin mal da, tot der gerne und tot jetzt war ich kurz ein feuchkott gucken hier der ist spannend hängen knie wendet wenn die mit der schießen so ein tipp war nice ja ja Vielen Dank. Boah, Tyler ist ja immer noch viel am Leben, ey. Dass ich immer mal erleben darf, dass er so lange überlebt. Ja, ich weiß. Wo ist die Scheiße, Alter? Und hat sie noch etwas geschrieben? Ja, Mann. Ja? Ja, die Mutter so, ob ich sie wieder ändern könnte, weil... Ja, keine Ahnung. Die Mutter kann auch kein Englisch, ne? Sagt die, ich sie's color genug. Okay, du bist froh, Digga. Am 13. bist du geworden? Mensch. Hä, warum lief der denn jetzt hier nicht? Digga. Was denn? Ich hab mir doch gerade noch die Dabby-Pump holt. Mhm. Mein Gold ist weg. Egal. Noch ein bisschen Unterhaltung, ne? Ja, ne, klar. Mit mir. Bin zwar los wie irgendwas, keine Ahnung, egal. Tenna aßen erst mal in den Bein. Und dann gieß das. Erstmal nix runde, muss ich erst mal nix mit anderen gingen. Ja, ich mein, das ist richtig cool für dich, ne? Du streamst, kannst du schön essen. Dann zockt da noch schöner einer für dich. Mhm. Ich fühl den Skin auf 73, Digga. Nee, fühl ich. Ja, Mann. Diesen Kombi-Skin, Digga. Ich fühl den auch. Mhm. Du kannst mir jetzt gar nicht wieder zugucken, ne? Oh, die 1350 Wiebex kostet, äh, das. Mhm. Und ich was, ein paar kaufen möchte. Ich hab grad 550 Wiebex. Ich auch. Mhm. Jetzt kannst du. Nee, das ist auch nicht, Digga. Doch, müsstest du. Nee, bei mir auch schon. Ja, das ist auch noch ein bisschen gelandet. Ja, das dauert noch ein bisschen. Bis nach dem Land ein bisschen. Wenn du ein bisschen länger überlebt, dann können wir nach unten wieder zocken. Ja. Musst du ein bisschen länger überleben. Okay, das heißt direkt, dass wir sterben. Vor allem bei den Botzenwächer. Und vielleicht mindestens einer. Meine war für erst mal wieder richtig geil, ne? Ich kann mir die noch einmal holen. Und jetzt, du kannst mich überhaupt nicht fragen, was, äh, die gekostet hat. Ich hab' immer noch nicht geguckt. Erst mal gegen die Wand lehnen. Und sonst geh' ich hier zurück. Warum? Und jetzt, du kannst mich... Ja, das ist doch... Fuh, ich merke. Ich denke, der Tüte, der tut mir leid. bei drei zuschauern einer ich und einer bernd er hat bernd keine moderator wieder frech ja dazu das war sein ich komme nicht raus ich habe keine netz die fenstelscheibe unten was soll ich mitnehmen oder du kannst du mit du mein tei kannst du da bekommen Nein, 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 er sagt nicht nein, 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 ja, no, 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 no. Du hast einen Schlag, du hast einen Schlag. Du hast einen Schlag. Nein. Boah, knapp, Digga. Aber wenn ich jetzt gestorben wäre, hätten wir auch zum Zocken können, also... wär's nicht schön gewesen. Boah, der ist so ekelhaft. Ein Hit. Schmeckt. Hm? Hast du auch die Pizza aufgegessen? Easy. So, und da ist die Edi, die gehackfresse wieder. Hm, das weiß ich nicht. Halleluja, ich komme jetzt so ein neuer Live-Rework. Wenn du YouTube machen oder Twitch, dann kannst du dir eine Facetime kaufen, dann kannst du mit Facetime streamen. Cooler Life-Fake, oder? Mhm. Ich meine, warte. In my bin. Wie hoch? Ah, Digga. Was ist da los? Das liegt doch, wenn man das tutscht, Digga, weil ich immer nach hinten gehe. Guck mal, bei mir ist das manchmal tot. Exotisch heißt das, ah ja. Echt? Keine Ahnung. Ja. In my bins. In my bins. Nein, das sind doch nicht die Bots, oder? In my bins. Das muss ich machen. Was essen du? hinterm Zaun Nein, die schwimmen ja irgendwo Warte, rechts, warte, rechts waren die Aber wieder links, rechts Da ist das Haus von denen Hinter dir Wo? Links, 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 links Anderes links Da Keine Links, Digga von dir Da, das Haus von denen Das hat hier keiner gesehen Links, er geht nach rechts Ja, Mann, der Ich sag hinter ihm, er guckt vorne Hätte er auch schön los Hätte er auch schön los Hätte er auch schön los Hätte er wohl nicht die Wichserin jetzt Tod War doch eben noch angezeigt, dass die schwimmen Die Jetzt brauchen wir wieder nicht Hätte er Digger, wo sind die? Tod ist einfach diese jetzt ernsthaft diese was meine mission jetzt nutzt eine hapone bei gegnern jetzt wird ihr nachher angezeigt heute wieder kämpfen gar kemburg was wir jetzt runter schlug von armen her heute wieder auf karte heute wieder mission abholen Oh, okay. 200 239 von das war sogar noch der den ich spielen musste also für den habe ich ja jetzt diese gold bekommen wirklich das jetzt 9 ist da jemand müde noch hier ist noch ein gegner bei mir Ja, müde. Mit Schokomund. Ist der Typ noch hier? Nee, oder? Ich kann nicht mal richtig spinnen. Nein. Das ist ein Heavysnap-Kaffee. Mit dem Pämpel. Wie ist denn? Na, das ist noch nicht. Wir haben einen Kaffee. Wir haben einen Kaffee. Nein. Wann ist der Kaffee? Der Kaffee hat einen Kaffee. Wir haben einen Kaffee. urteiler kommen jetzt und jetzt auch nicht so ah du machst zwei jetzt weißt du schon jetzt macht die 5 egal und da ist jetzt diese granaten und die braucht oder was ich dachte mal guck schieß mal schieß mal mit der die macht 10er damage wenn du die eintritt und dann noch mal 60 mit mit der 50er von bildern also rechts von dir ist der typ mit dieser sniper der hat die 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 kaufmiger links hinterher geradeaus rechts 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 als maul hat ihn genaust Ich bin echter Gangster. Hallo Digga, was machst du da? Ich hab den einfach so genoß geholt. Ich bin Gangster geworden. Okay, ich guck hier grad so schöner ins Video. Erstmal bis nach hinten scrollen. Zu weit. Louis ist weg. Nein, ist ja Louis. So, okay. Das muss ich auch jetzt klippen Digga. Ich finde das war krass. Das war doch krass geplayt oder nicht? Na man. So richtig mieser lecker Nosegurt. Nein, zu weit. Das ist okay. Okay, let's go. Louis ist weg. Willst du oder Arreno? Lass du. Erstmal. Bisschen. Okay. Ich muss jetzt gleich kurz klippen. Digga, ich fand das einfach so krass. Ich fand das war erster Twy. Ganz so runde miese los und dann... Ja durch. Du hast doch krass. Ich bin so fortalig. Ich bin ja schocht. Ich bin so hart mit dir. So, jetzt bin ich wieder da. Ja Moni, ich hör dich wieder nicht, Digga. Jetzt hör ich dich so. Ja, ja, natürlich. Das lag bei mir. Boah, alles gut. Ist das jetzt drauf? Ah, ich muss raus. Ja, wo gibt's die Sniper? Die Sniper gibt's hier. So, okay. Heute wieder gar nicht ankommen, gar kein Bock. Oh, das ist verbundend. Ja, ja. Geh, gibut ihr, gibut ihr. Ja, gucke ich dich, gibut ihr. Ja, jetzt rein rein. Verkauf mal wieder. Und du bist deine Sniper? Hör auf mal wieder. Hör auf, nicht der Sniper ab. Ja, aber auch, wenn du da bist. Da habe ich dich gefickt. Da habe ich dich, gefickt habe ich dich, Junge. Da habe ich dich gefickt. 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 Wenn du ihn geholt hast, finde ich ihn mal kurz nicht. Ich muss ihn kurz durchsuchen. Ich muss auch durchsuchen, Digga. Digga, ich habe meine Wege ein Cocktail. Naja, alles gut. Bei dem Typen auch noch. Okay, nice. Ich habe Splashys, ich habe Chuck Splashys, Digga. Digga, du weißt, ich könnte. Ja, ja. Mehr? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, ich könnte auch hier Chuck Splashys. Ja, doch. Oh, ich bin dir den Kill. Habe ich schon, Digga. So, ja. Okay, du kannst. Genau noch, Digga. Wir geben dir den Loot auf jeden Fall. Ja. Ich gehe jetzt mal pushen. Mach das nicht, ich habe mich kostbar jetzt. Mach das. So. Ah, Bauscheln gekillt. Einfacher geht's gar nicht. Mach recht neu. Mach recht neu. Mach recht neu. Ja, mach. Mach ich. Ah, vor uns. Wuh. What the fuck. Hab ich noch? Ja, den habe ich noch. Den habe ich sogar noch, Digga. Hat ihn gefinished. Doch nicht. War doch nicht. Okay. Ah, bei mir ist noch welche. Bei mir ist noch welche. Boah, bei mir ist noch welche. Soll ich für die Apollo hier stehen bleiben? ÄH, blibl äh, bleib stehen, bleib stehen, denke, alles gut. Hä? Was? Was hin? Äh, habst du nicht früher eigentlich früher mit dir was gelassen? Nee, hab ich noch nicht. Muss ich dann machen. Muss ich dann wieder machen. Wo ist denn? Na, warte. Warte, ich such, ich such den noch. Weil ich finde den Typen nicht. Wen? Auf den du Kopf geh, guck mal, guck mal, wo der ist. Ja, ach nee. Ach so, nee, komm. Ja, bin ich auch. Ja, bin ich auch. Ja, bin ich auch. Ja, das dachte ich ja auch. Äh, Louis kommt übrigens dein Stream, ne? Oh, auch sein Handy? Ja. Find ich's gut. Hallo, Louis. Was guckst du? Mein Sohn guckt bei mir. Er guckt bei dir auf sein Handy, er ist auch sein Handy, ne? So für YouTube und so. Und äh, er guckt halt einfach mal ins Stream. Hä, ernsthaft? Ja. Krass. Jetzt sitzt davor und sagt Papa, Papa. Ey, krass. Oh, meine Schwester hat das wohl. Was sag ich eigentlich, was für ne Aufgabe genau? Bau und Metall ab 200. Ja! Hallo, Louis. Was? Ich denke, sie sind irgendwo da hinten. Louis! auch gleich schreibt ein chat ja habt ihr morgen dann besprechung oder was ja ach so komplett ja aber ist doch haben hier hofft die das ist das ja auch aus den sauersten nein ich will sie ich will haben wir haben ich brauche das er ist alleine komme jetzt hier ja ehre komm jetzt hier digga wo bist du komm mach doch auf man zu glück du rund ich verarschen digga du hässlicher du hässlicher bastard digga wo bist du zuteiler was machst du da hinten noch ich bin auch schon auf dem weg ich bin sofort wieder lecker muss kurz machen eu ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.